rot abgespielt für beckenbauer und so als hätte sich der fc liverpool diesen regen bestellt so setzt er jetzt auf bayern mit nur zwei stürmspitzen und das war jetzt kegan beckenbauer er kann sich dieses beckenbauer beckenbauer rot beckenbauer ist und beck breitner beckenbauer hoeneß ganz eindeutig auf zeitgewinnen ausgerichtet dieses spiel der bayern sie wollen mit thompson klatschen dass sie sie weiter anfeuern dass sie mit missfallenskundgebungen zurückhalten dass sie versuchen die mannschaft in stimmung zu bringen obwohl sie selbst es ja wahrscheinlich auch nicht schneider beckenbauer ist heute noch kein einziges mal nach vorne gegangen er dreht auch jetzt wieder um kämpft beckenbauer beckenbauer die 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 he